Hey Leute, mein Name ist Tom Koch und ich bin nächste Woche im Tal Kessel in Deutschland am Start. Ich hoffe ihr seid alle dabei, feuert uns deutsche Fahrer richtig an, gebt richtig Gas und ich hoffe natürlich, dass ich auf der Strecke auch richtig Gas geben werde. Ich freue mich mega drauf. Home GP ist immer was ganz besonderes. Ich freue mich auf jeden von euch, der kommt, der uns anfeuert und beim Vollgas geben zuguckt.